Mahlzeit. Es ist ein weiterer Lichtblick. Es geht um dieses Video hier. Ich komme gleich drauf. Ich habe das hier extra schon mal ein bisschen heller gemacht. Hier war es ja ein Lichtblick im absoluten Dunkel. Ich werte das so. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Also worum geht es? Warum 60 plus? Ich hatte folgenden Kommentar vor 6 Stunden bekommen, habe aber eben erst gelesen. Ich zitiere. Okay, Sie wollen damit hier also sagen, beziehungsweise den Menschen hier in Anführungsstrichen einimpfen, dass in Anführungsstrichen der Staat, in Klammern der Staat ist übrigens, dass wir alle der Staat sind, diese Gruppe umbringen möchte. Geht's noch? Unmöglich von Ihnen. Das Nettbein hetze. Es ging um dieses Video. Ich verlinke das auch nochmal am Ende. Einfach draufklicken. Und ich spiele das aber jetzt mal hier ab. Da müsst ihr nicht extra draufklicken. Also, na, gib Gas. Eine wichtige Frage, die mir in letzter Zeit immer wieder kommt. Wenn ich mir die Demonstrationen angucke, die derzeit stattfinden, wer läuft da meistens mit? Über 60-Jährige. Wenn ich mir den Kanal angucke, also meine gesellschaftskritischen Themen, wer schaut die an? Ab 55 plus vor allem. Jetzt die Frage. Und wer soll ganz besonders, wichtig ist es, der Bundesregierung geimpft werden? Na? 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 Wie kommt denn dieser gute Kommentator da drauf, diese Gruppe umbringen möchte, 60 plus? Ich sehe das mal so. Der Kerl ist aufgewacht. Ja, egal, was das hier für eine Umfrage war oder sonst was. Ich sage ja immer, dass ich das Glas lieber halb voll sehe als halb leer. Und sehen wir es doch mal so. Wie kommt denn der da drauf? Er hätte es ja sonst nicht geschrieben. Es kann also nur besser werden. Wenn solche Vögel, die eigentlich hier bloß rumstänkern wollten, dann plötzlich mit solchen Argumenten kommen, Tja, dann sind wieder welche aufgewacht. Und ich sage, macht weiter. Wir müssen alle weitermachen. Denn wir sehen ja, die wachen langsam auf. Und das schadet nicht. Na dann. Ich wünsche alles Gute wieder. Das war übrigens kein Nachtrag. Und trotzdem habe ich bezahlte Werbung eingeblendet, damit die Werbung von YouTube hier nicht blöderweise draufkommt. Ich wünsche euch alles Gute. Und jetzt kommt nochmal der Link. Vielleicht könnt ihr da draufklicken, um das Video dann nochmal anzugucken. Aber das müsste eigentlich gereicht haben. Gut. Na dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.